Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren neuen DaVinci Resolve Tutorial. Heute im zweiten Teil von meinem DVD erstellen Tutorial möchte ich euch zeigen, wie man mit DaVinci Resolve ganz einfach ein Video exportieren kann, das auch gleich die Kapitel respektiv die Marker drin hat. Los geht's wie immer nach dem Intro. Ja, wie bereits beim ersten Teil habe ich hier das Video wie gesagt hier geschnitten, Color gegradet und dann bei jedem einzelnen Nummer hier von dieser Tanzshow einen Schnitt gemacht, damit ich die Leerstelle, also die Zeit, wo die Bühne leer ist, rausschneiden kann und dann habe ich hier noch zusätzlich hier einen solchen Marker hier gesetzt und das habe ich hier durch das ganze Spektrum hier von dieser Show gemacht. Soweit das, was wir auch schon bereits angeschaut haben beim letzten Teil für die DVD. Nun ändert sich natürlich etwas beim Ausgeben und zwar gehen wir dann hier, nachdem wir das hier alles fertig haben, auf Deliver und jetzt habe ich hier oben das nicht mehr auf das Format, nicht mehr auf Move, sondern auf MP4 und habe hier ganz wichtig, hier unten Jar Petters from Markers. Wir haben das in Full HD ausgegeben und mit 24 Frames, wie das gefilmt wird, dann habe ich das Ganze hier zu Render Köye hinzugefügt und dann haben wir hier diese beiden Teile hier exportiert. Ihr seht das hier hat etwa eine Stunde 50 gedauert pro Teil, also das zeige ich euch nicht, weil das wird zu lange dauern. Also ich habe das hier dann Add to Render Köye, so dann rendere ich das Ganze und da muss ich dann eine Stunde und 50 warten. Und ich zeige euch jetzt gleich, wie das aussieht, wenn ich das fertig habe. Nachdem wir das Ganze hier ausgegeben haben, kann ich hier das Ganze öffnen und ihr seht jetzt hier drüben sind diese einzelnen Nummern mit den einzelnen Videobereichen hier drüben ohne ganz einfach und easy anklickbar und ich kann hier von Nummer zu Nummer hüpfen und das Ganze dann abspielen und dann das Ganze hier auf Play abspielen. Und auch hier unten kann ich natürlich mit dem Spring, mit dem Springer, mit der Fernbedienung, wenn ich das auf einem TV abspiele, auch gleich zur nächsten Nummer hüpfen und habe hier ganz einfach die einzelnen Kapitel in meinem Video hier drin. Ja Leute, ich hoffe euch hat dieser zweite Teil zum Erstellen einer DVD jetzt hier in diesem Fall für einen Daten Stick oder für einen MP4. Da kann ich dann auch gleich die einzelnen Kapitel durchspringen. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat dieses kurze Tutorial gefallen und weitergeholfen. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr hier oben meinen Kanal abonniert, dann verpasst ihr sicher kein weiteres Video mehr. Wir sehen uns garantiert wieder in einer Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, seid kreativ und Bis bald! Tschüss!